Ich werde mir jetzt den Platz des Türkisen nehmen, um meine Militärgebäude hinzupflanzen. Mal gucken, wie viele Reliquien er im Kloster hat und mal gucken, was der Marktplatz einbringt. Und mal gucken, was der Gelbe vielleicht noch an Rohstoffe übrig gelassen bekommen hat. Aber erst einmal, hallo der Salz. Und willkommen zurück bei Age of Empires 2. Er deckt mit dem König nur eine Reliquie. Ja, bis er eine ist, keine. Da kippt er um. Oh, die haben nichts mehr zu tun. Ja, müssten die da auch noch stehen. Ah, die sind gestorben. Dann schicken wir halt einen neuen hoch. Ah, hier müssen wir auch noch ausbauen. Stimmt. 39er Marktplatz, dann wuseln die aber alle da oben lang. Nee, bleibe ich dich hier, das ist ja... Was sieht jetzt aus? Das war das nicht so. Trotzdem werde ich mir den noch sichern für den Fall der Verlust. Das war das war nicht so. Doch! Das war das war. Was ist ein Verbrecher? Gut. 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 Irgendwas schießt hier blöd. Ah, okay. Das Doft sind drin wirklich. Jetzt aber nicht mehr. So, die bauen jetzt konzentriert die Häuser um den Nachplatz ab, damit der auch stehen bleibt. So, die bauen jetzt konzentriert die Häuser um den Nachplatz ab, damit der auch stehen bleibt. Gut. 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 Der Blaue baut sich an deiner Mauer vor, das finde ich nicht so cool. Oh, da sind schon Burgen, okay. Oh, da ist noch Stein, Leute hinschicken. Sehr schön, Stein können wir sehr gut gebaut. Ich bin mit der Bauten. Ja, ich bin mit der Bauten. Ich bin mit der Bauten. Oh, die haben sie erledigt. Ganz schön aufmöpfig, der blaue, der dunkelblaue. Ja, ich bin mit der Bauten. Ja, ich bin mit der Bauten. Ich bin mit der Bauten. Ja, ich bin mit der Bauten. Ich bin mit der Bauten. Ich bin mit der Bauten. Bei dir wird aber fleißig gerammt. Bei dir wird aber fleißig gerammt. Vor der Haustür. So ein bisschen Gold ausgeben. Ein bisschen mehr. Dann schieben wir den mal zurück. Ich bin mit dem Feier. Obwohl, na ja. Ein wildes Tier, oder was? Hä? Wo gibt's den Wolf her? War der hier eingesperrt im Holz? Nee. Ich muss aber runterkommen. Aber wir sind doch schon so lange hier am abbauen. Komisch. Ich bin mit dem Feier. Oh, da ist er nur dabei, der nicht der Gupang gehört. Okay, das Stein, ein Girstein wird abgebaut. Da steht schon was. Von ausgebaut, von ausgebaut, von ausgebaut, bei der Burg auch von ausgebaut, von ausgebaut. Da ist praktisch nichts mehr vom türkisen Übrich. Oh, das ist ein Gupang. Oh, das ist ein Gupang. Oh, das ist ein Gupang. Hm, Kloster ohne eine Reliquie, okay. So, ärgert dich der Blaue noch groß? Er klopft zumindest gerade nicht groß an. Guck mal, was hier so los ist. Der Lilane gibt's auf. Der Lilane gibt's auf. Das, ah, du hast auch ein bisschen mit angegriffen. Das sieht gar nicht so schlimm aus bei ihm. Hm. Die sind ja mit abbaun schon wieder fertig. Ich brauch neues Zeug. Das steht generally mit dem짓 man ihn kaufen. Die sind ja mit gewinnen waren. Erinnere ich Mikro. Ja. Deine Angegen! Bing, bing macht's. Die greifen den Außenpas dann, das ist nicht nett. Okay, ist ein Arbeitsloser. Wo bleibt ihr denn da stehen? Das ist doch doof. Ah, gelbe Bogen. Mehrere sogar. Zum Glück habe ich vorgesorgt und die Trieberge mit vorgeschickt. Oh, da ist eine Ramme. Ah, so viele müssen es nicht so aus. Die Ramme kann nichts mehr machen. Also doch, wenn wir daneben stehen, aber die wird nicht mehr aktiv irgendwohin befähigt. Das geht nicht mehr. Da ist sogar noch Stein. Nein, Gold. 385. Cool. Das sind meine Reiter. Hier ist auch viel mehr hochgeschickt. Die stecken gerade irgendwo. Festschätzig. Das ist ja auch mal. Hmm. Oh. Ja, auch schon. Das ist ja. Und du musst. Und du musst du musst. Ja. Das ist aber. Und du musst. Und du musst. Ja gut, da ist das. Und du musst du musst. Du musst du musst. Und du musst du musst. Die göttliche Gehter. Ich hab meine Elite-Einheit noch gar nicht groß ausprobiert. Na, wenn hier auch mal keine Reliquie ist? Moment. Ja, böse Triebock. Kaputt machen. Alle acht leben noch, na immerhin das. Oh, böse Brug. 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 OK, tak. Tak. Tak, pan. Dobrze. Tak, uczynić. Hey, ich bin jawohl. Der Trieber gehört fallen, oder? Ach, scheiße. Da ist ja viel los. Sind hier noch irgendwo Rohstoffe? Sind wir gerade nicht im Haus? Ah, Stein, sehr gut. Ah, der Blaue, da greift das an. Das ist keine Klänge. Das ist mein Stein. Das ist mein Stein. Gut, der Stein wird uns gehören. 383, Marktplatz. Eigentlich interessant, aber das Gold brauchen wir nicht mehr. Kein Weg. To waszy Gus, to Broni! Owszem, naprzud! Nee, ist ja schon so ein Zeug. Das machen wir nicht ganz. So, was ist denn das hier? Ungarische Elite-Huzar. Ein Reiter ist pekiniert, ist aber nicht nett. Das greift die Chevaliere-Börse an. Hm. Er quit, was ist das hier? Ja, das jetzt. Jetzt werde ich ein Sprawiacz. Ich weiß nicht, ob die Gebäude noch keiner gekümmert hat. Oh, der Stein ist ja schon wieder gleich weg. Ich bin mal gespannt, ob da oben was drin ist. Da kommt blau. Das sieht ungesund aus, Flügelhose. Bei dir ist ein einzelner Blauer drin, der Holz an den Mauern abhackt. Ich mach den grad platt. Ich hab schon welche hingeschickt. Ich war's. Ich bin mal wunderbar. Ich bin mal wunderbar. Aber ich habe ihn mit dabei. Ich bin mal drückt. Ich bin mal drückt. Ich bin mal drückt. Ah, da ist ja eine Burg, die sich jetzt erst. Uhuhuhu. Da sind da wieder mehrere nebeneinander. Da muss ich wieder mit dem Trieböck noch rein. Die Einheiten verbrät ist ansonsten zu schnell. Die Einheiten verbrät ist ansonsten. Die Einheiten verbrät ist ansonsten. Die Einheiten verbrät ist ansonsten. Oh, oh. Generell sind hier gar nicht jemand vorne. Das kommt nur nach Ram, Mann. Ich probte halt viele Leute. Was ist das noch eine Burg drin? Ne, ist das Quatsch. Das kommt nur nach. Dass ihr geht mit Strait vorhanden. Dürauf er Smith. Das ist ein bisschen, wenn ihr euch was? Da geht es hin, da geht es hin. Hüps. Da geht es hin, da geht es hin! Da geht es hin. Da geht es hin. Da geht es hin. Es scheint schon zu sein, duft gern zu sein. Na, dann ist das jetzt so. Hier rum, wo sind wir mit aufgeben? Da würde sowas von aufgeben. Halt, hab ich das Bauvorhaben abgebrochen. Ne, die war schon fertig, okay. Oh, da ist noch ne Burg. Da ist das Duftzentrum, das Anfangsduftzentrum. Da kommen die langen. Hoppla. Na, die Burg stehen eh nicht mehr lange und der gibt ja auch gleich auf. Gucken wir mal, ob da eine Reliquie ist. Da ist ein Kloster und der gibt auch. Da oben scheint keine Reliquie zu sein. Oh nein, auf 12 Uhr ist keiner. Oh, auf 9 Uhr ist einer. Und unten auf 6 Uhr nochmal. Oh, da hinten war Stein. Hm. Wie viel Holz hier unten rum steht. Die hat auch ne Pfütze, aber da hinten, da bringt die einem nicht viel. Ich war über meine da vorne beim Türkisen sehr froh. Die hat sehr viel gebracht. Das sieht aus hier mit den ganzen Markenkorn. viel zu viel Nahrung. Das Verhältnis hat nicht gestimmt, aber hey, war jetzt auch nicht so schlimm. Was sagt denn die Statistik? Ganz viele getötete Einheiten, so auch der blaue. Ganz viele sind gefallen und zwar am meisten. Aber davor wurden auch am meisten Gebäude abgerissen. Ich hab's mal wieder geschafft, keinen zu bekehren, so wie der Lilana. Obwohl der so lange überlebt hat, hat er keinen bekehrt. Auch ohne die Markkorn am meisten Gold gesammelt. Eine Reliquie hatte der blaue. Ich bin sehr zufrieden mit den Polen. Die haben auch coole Eliteeinheiten, die ich jetzt erst zum Schluss eingesetzt habe. Allen voran der Stall ist ja genial mit Flügelhosa. Und Chevalier, minus 60% Gold. Pekingiere finde ich in Ordnung. Eliteplänkler, allen voran gefallen mir eben die Flügelhosare. Elitekämpfer gibt's auch. Kanonen. Chirmer. Chemie am Hafen und überhaupt der Hafen hat auch gestimmt. Für diesen Einsatzzweck. Auch die Polen. Das ist ein sehr schönes Volk. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Werbung. Ja. Ihr passt nicht auf jeden Fall.